Doktor, wie geht es meinem Baby? Ist das in Ordnung? Ja, ja, es geht ihm gut. Doktor, sind Sie sicher, dass alles in Ordnung ist? Denn ich habe etwas Seltsames bemerkt. Ja, wie ich auch bemerk' habe, ist das Baby sehr schnell und sehr stark. Schnell und stark? Wie kann das sein? Es ist doch erst der siebte Monat. Und es ist ein Junge. Ja, ich werde ihn Connor nennen. Ja, das ist ein sehr seltener Name. Schaut, schaut, grüßt uns. Ach, meine Junge, wie schön. Also, Doktor, in zwei Monaten, ist es also soweit? Ich weiß nicht. Er ist so schnell. Er könnte schon früher geboren werden. Was meinen Sie mit früher? Oh, Doktor, das tut weh. Herr Doktor. Wie bekommen Sie ihn? Jetzt? Wie denn? Wie kann das sein, Doktor? Hey, tu doch was. Komm. Oh, er hat alles getrunken. Gib ihm den Stuller. Hier, hier, neben mir. Ja, komm, er hat den Stuller. Hey, Doktor, Doktor. Ich höre zu, was ist los, Leute. Das Baby hat drei Flaschen gezogen, aber ist immer noch hungrig. Ja, er wird wahrscheinlich ein sehr starker Mann werden. Ihr Sohn natürlich. Oh ja, danke, Herr Doktor. Ja. Meine Frau, wie wählen wir unseren Sohn nennen? Peter oder Connor? Ich denke, wir nennen ihn Connor. Ja, ich finde, der Name passt ihm sehr, sehr gut. Finde ich auch. Unser süßer Junge. Freunde, heute ist mein Geburtstag. Wie cool ist das denn? Hallo, Sohn. Alles Gute zum Geburtstag dir. Dann wünsch dir was und puste die Kerze aus. Wie und dann mein Wunscher der Philokin, liebe Mama? Ja, mein Sohn puste. Ja, ganz stärker. Richtig, sehr stark? Ja. Jola, ich bin bereit. So, ne. Wir haben dir gesagt, die Kerze auszupuste. Ich bin ein Tornado, Mann. Tut mir leid, Vati und Mutti. Ihr habt mir doch gesagt, ich soll stärker pusten. So, es ist Zeit für die Geschenke. Vati, gut. Das ist jetzt dein Geschenk, mein Junge. Was ist das denn, Vati? Ach, heiß auf und schau. So, ich mach das jetzt auf. Schach. Willst du mit mir bitte spielen? Klar, komm, ich bring's dir. Bye, Mann. Zieh dich um und lass es endlich spielen gehen. Ja, klar, komm, komm. Schau dir das an, Junge. Ich habe hier dein Pfand gegessen. Papa, du hast vergessen. Du bist Schachmatt. Wie kann das sein, Sohn? Schon zum dritten Mal, ey. Ich weiß es nicht, Vater, aber es war sehr einfach. Sag mir, Sohn, wie oft hast du schon Schach gespielt, Mann? Ich spiele das zum ersten Mal, aber ich glaube, es ist gar nicht so schwer, Mann. Ich verstehe, wie viel funktioniert. Ich hatte schon drei Medaillen in deinem Alter und habe fünf Jahre lang Schach gespielt, mein Sohn. Ich weiß es nicht, ich spiele und gewinne einfach. So ist das. Ah, du bist sehr pick-up, mein Sohn. Oder könnte es etwas anderes sein? Papa, sieh mal, was ich hier machen kann. Machst du das, mein Sohn? Ich habe es gerade gelernt, oder so. Sohn, ich glaube. Nein, 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 ich bin mir sicher. Du bist etwas Besonderes. Du hast super Kräfte. Ich weiß, Papa. Ich habe dir doch immer gesagt, dass ich etwas Besonderes bin. Wirklich. Lass uns ins Krankenhaus fahren, dich untersuchen lassen und alles erklären. Ich bin schockiert. Ja klar, komm schon, Fassi. Okay. Was geht so? Was ist Ihr Problem? Ähm, Doktor, hören Sie mir zu. Mein Sohn Connor hat Superkräfte, verstehen Sie? Sie müssen ihn untersuchen und sich selbst davon überzeugen. Welche Superkräfte hat er denn? Vielleicht haben Sie ein Sehproblem, nicht wahr? Was? Mit meiner Sehkraft ist alles in Ordnung? Es geht mir gut. Ich kann sehr gut gehen. Ich sage, mein Sohn kann Gegenstände ohne Handy in die Luft heben. Ziehe ein Eis verwandeln. Herr Kopfstand, Connor. Ja, Sie, Sie, ist es ganz einfach. Sehen Sie das, Doktor? Ja, ja. Sohn Connor findet ihr mir irgendwelche Superkräfte. Ich muss ihn untersuchen. Bitte. Bitte verlassen Sie den Raum. Alles wird gut, mein Sohn. Okay, Fati. Okay, Mutti. Macht euch keine Sorgen um mich, okay? Okay. Also, Doktor, was werden wir jetzt dazu tun? Wir werden jetzt verschiedene Tests machen, okay? Jawohl, natürlich. Ich mag Tests. Schau, ich habe drei Becher und einen Ball. Du musst dir raten, wo der Ball verschicken sein wird. Hoppala. Okay, wo ist der Ball jetzt? Ich glaube, hier. Oh, richtig. Ha, toll. Du hast einfach geguckt. Jetzt dreh dich mal um. Dreh dich um, dreh dich um. Und jetzt, Junker? Wo ist der Ball? Wahrscheinlich hier, glaube ich. Oh, gut. Ein letztes Mal. Noch ein letztes Mal. Dreh dich um. Gut. Also, wo ist der Ball? Ja, Fati, wie lief dich hier? Ich glaube, es ist in deiner Tasche. What? Das ist einfach. Ich muss noch ein paar Tests machen. Schauen Sie mal. Ich kann noch etwas anderes euch zeigen. Ja, ja. Zeig es mir. Schauen Sie mal. Ich habe hier so diesen Gilgschern hier. Und mal sehen, was ich jetzt damit machen werde. Ja. Was kannst du damit machen? Aha. Uh, das war cool. Jetzt möchte ich einen Bluttest von dir machen. Bitte, Doktor. Was ist das? Sie haben uns gerufen. Schauen Sie uns, was sind die Ergebnisse? Ja. In der Tat hat ihr so ein Superkräfter. Aber wir müssen uns noch ein wenig gedulden. Ich muss den noch weiter untersuchen und werde Ihnen später alles darüber erzählen. Okay? Ich habe es gewusst. Ich habe es dir schon immer gewusst, Mann. Ja, Leute. Aber erzähl es niemandem, den es gibt wirklich böse Leute. Das ist unser Geheimnis, alles klar. Ja, mein Junge. Gut, Doktor. Darf ich jetzt endlich gehen? Ja. Ich will endlich mit meinem Freund spazieren gehen. Nach Hause. Lass uns nach Hause gehen. Komm, 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 komm. Fynn. 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 Ich habe endlich das Glück gefunden, das mir helfen wird, Superkräfte zu haben. Ja. Wer kann diese Gleichung hier lösen, Leute? Frau Leand, darf ich jetzt antworten? Bitteschön, ich, ich. Nein, Connor, du wirst nicht antworten. Du weißt alles. Da bin ich mir sicher. Paul, kannst du das rechnen? Hm, das macht... Entschuldige, Frau Leand. Das ist aber meine Antwort. Bist du verrückt? Raus aus dem Klassenzimmer. Sofort! Warum redest du so mit mir? Was glaubst du, wenn du bist? Ich will nicht, dass du mit mir so redest. Hey, pass auf, was du da sagst. Redest du mit der Lehrerin, Mann? Connor hat recht. Komm schon, reiß dich ein bisschen zusammen. Ich werde so reden, wie ich will. Ich bin der Schattel, ich bin der Gussier und er sagt alles für niemand. Dieser Paul ist nicht gut, Freunde. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Mann. Nicht helfen oder helfen? Hm. Hm, ich werde nicht helfen. Hast du in Ordnung? Sie werden es selber lösen. Nimm die Füße vom Tisch und bring mich nicht auf die Palme, du Bengel. Was hat er erwartet? Was groß ist denn so? Raus mit dir. Du bist nur Müll. Du bist ein Nächster. Ich bin hier der König. Du bist einfach schamlos. Ich will dich nie wieder in meiner Klasse sehen. Schluss, ich kündige. Ja, Leute, es ist weg. Ich bin jetzt im Leben der König der Schule. Oh, Leute, ich glaube, ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Ich hätte die Lehrerin beschützen sollen. Verlohren. Ah, Freunde, was soll ich denn tun? Soll ich der Lehrerin helfen? Oder vielleicht doch nicht? Hm. Natürlich werde ich ihr jetzt helfen. Du wirst mir nicht sagen, was ich tun soll. Hey, Junge, sprich höflich mit der Lehrerin. Verstanden? Warum denn? Was kannst du mir antun, Streber? Provoziere mich nicht. Du entschuldigst dich ja sofort bei der Lehrerin. Hast du das verstanden? Ich provoziere dich doch, oder? Okay, dann wirst du es jetzt gleich sehen. Hey, hallo, Junge. Oh, 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 wie hast du es gemacht? Das ist doch nur da. Du legst nicht mal den falschen Typ dann. Ich habe Superkräfte. Komm schon, du Null. Du hast nichts Besonderes gemacht. Das heißt nicht, dass du ein Superheld bist. Weißt du, mein Traum war ein Superheld zu sein. Was hast du gesagt? Legst du dich mit deinem Superheld an? Das tut so wichtig. Ich kann das. Komm schon, komm schon. Raus, raus, raus. Ja, so redet man mit bösen Jungen, Leute. So. Danke, dass du mich beschützt hast, Conor. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Gern geschehen, Frau Lehrerin. Es ist eine Ehre, ein Held zu sein und der Welt zu helfen. Oh, ich bin jetzt endlich 18 und ich bin ein Superheld. Alle Mädchen werden mich bestimmt mögen. Was ist denn da los, Mann? Hände hoch. Steige aus dem Auto aus. Und gib mir deine Schlüssel raus. Natürlich, natürlich. Nehmen Sie ihn. Komm, komm, raus, raus. Ein Diefel will das Auto stehlen. Ich muss ihn aufhalten. Oder vielleicht doch nicht? Natürlich werde ich ihr helfen. Hörst du, und jetzt verschwinde von mir. Du sollst sie lieber in Ruhe lassen. Siehst du nicht, dass ich eine Pistole habe, oder was? Ich weine dich. Lass dich jetzt in Ruhe. Oh, du bekommst gleich eine, Mann. Hörst du mich? Siehst du sie nicht? Ich werde dich erschießen. Gut, dann werde ich keine Wahl haben. Was? Was kannst du mir anzutun? Weißt du was, Kumpel? Ich habe echte Superkräfte. Und niemand kann mich hier so richtig besiegen. Also, gib mir die Schlüssel. Und ich bringe dich zur Polizei. Und du kommst sofort ins Gefängnis. Komm, komm. Bitte schön. Vielen Dank, Superheld. Wie cool ist das, ein Superheld zu sein, Freunde. Klingelt das? Wer könnte das denn dann sein, Mann? Ah, Mann. Guten Abend. Soll ich reinkommen? Ja, guten Abend. Und wer sind überhaupt Sie? Ich bin von Alt-Bär und wir brauchen Ihre Hilfe. Was wollen Sie von mir? Ich bin erst 80 Jahre alt. Wir wissen, dass du Superkräfte besitzt. Hm. Und woher wissen Sie das? Die ganze Stadt weiß es. Wir haben ein Video, wo alle Superkräfte gezeigt werden. Und wir wollen sie in unserem Team aufnehmen. Was sagen Sie dazu? Hm, interessant. Soll ich dem Team vielleicht beitreten? Oder doch einfach nicht? Ja. Ich glaube nicht, dass ich an Ihrem Angebot interessiert bin. Sind Sie sich da absolut sicher? Ja, ich habe eine Menge zu tun und bin ich überhaupt sehr beschäftigt. Wo bin ich? Und wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Hey. Nun, wir machen es dem Guten oder mit Geleit. Nein, nein. Oh, nein. Hallo. Hm, soll ich dem Team beitreten? Oder vielleicht doch nicht? Ha, ich glaube, das ist interessant. Ich trete bei. Ich bin sehr an Ihrem Angebot interessiert. Deshalb möchte ich Mitglied in Ihrem Team werden. Ja. Großartig. Wir sind sehr gespannt, Rand. Wir können uns sofort loslegen. Ja, lass uns anfangen und die ganze Menschheit retten. Ja. Komm schon. Ich wollte schon seit so vielen Jahren dieses Elixier aus dem Blut des Superhandel herstellen und mir Superkräfte zu verleihen. Endlich ist es Zeit für mich, Superkräfte zu haben. Superkräfte. Konor, ich komme zu dir. Konor, komm her. Ja, Chef, was ist denn jetzt was los? Ich habe beschlossen, dich zu befördern. Ja? Wirklich? Ja, du machst deine Arbeit sehr gut. Es gibt keinen besseren Profi als du. Ich bin so glücklich. Das ist mein Traum gewesen. Ah, Hühnchen. Ich nehme dich mit, verkaufe dich und verdiene viel Geld. Ah, ich werde eine Menge Geld verdienen. Du dreckiger Dieb. Schämst du dich einfach nicht, hey? Hey, wo kommst du denn her, Mann? Ich bin der Superheld Konor. Ich werde dich in den Knast stecken. Das mache ich mit allen Kriminern. Superheld? Oh, ich lasse den Hund hier und lasse mich gehen. Ich bitte dich. Siehst du, ich habe mich losgelassen. Ich bring dich jetzt ins Gefängnis. Und dafür habe ich eine Überraschung für dich. Was für eine Überraschung? Oh, ha, 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 ha. Wir sind jetzt alle ein Team. Ich bin so glücklich. Moment mal. Ich glaube, da ruft mich jemand hier an. Mama? Soll ich meine Mutter antworten? Oder vielleicht doch nicht? Ich denke, nein. Ich werde später mit dir reden. Es ist keine große Sache. Lieblingsboss, wer sind wir denn jetzt? Tja, wer sind wir? Kollegen. Kollegen. Ha, 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 ha. Wir werden die Welt so richtig retten. Ich glaube an dich. Oh, mein Gott. Unser Sohn gibt es nicht. Das kennen Sie. Das wird in einem Warnung sein. Versteck dich, Hitme, mein Lieblings. Ich kann dich beschützen. Hey, komm her, du Verbrecher. Oh, mein Mann. Nein, mein Schatz, nein. Du sollst wissen, dass unser Sohn sich an dir ränken wird. Das werden wir ja sehen. Ha, 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 ha. Connor ist der Nächste. A few moments later. Oh, nein, nein. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Könnt ihr mich hören? Papa, Mama, könnt ihr mich hören? Hallo? Mama, Papa, was? Moin, Sohn. Ja, Mutti. Ist alles in Ordnung mit dir? Nein, es ist schlimm. Der Arzt, der sich in der Suche hat, hat uns betrogen. Ich kann es nicht glauben. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich denn tun? Was soll ich alles tun lassen? Oder soll ich Rache nehmen? Ich denke, Freunde, dass ich aufgeben werde. Denn alle meine Superkräfte haben meine Welt zerstört. Meine Eltern zerstört. Alles, was hier passiert, ist meine Schuld. Ich kann das nicht mehr. Diese Superkräfte, Leute, sind kein Ding. Das ist ein Fluch. Alles hier ist meine Schuld. Ich kann nicht mehr, Freunde. Diese Superkräfte, das ist kein Ding. Das ist ein Fluch. Ich gebe auf. Freunde, ich bin jetzt 45 Jahre alt. Es ist schon 50 Jahre her und ich habe immer noch nichts getan. Seit dem Tod, meine Eltern, habe ich gar keinen Sinn mehr in mein Leben gesehen. Und alles, was ich jetzt tue, ist Fernsehen. Was ist denn schon wieder, Freunde? Wieder eine Eilmeldung. Schon wieder, Mann. Eilmeldung. Der böse Doktor hat meinen Club-FW-Agenten gefangen genommen. Was? Das Ende. Wir fallen alle erledigt. Dieser Doktor hat meine Eltern getötet und meine Kollegen, meine Freunde gefangen genommen. Ich kann es nicht mehr erfragen, Freunde. Ich werde das nicht hinnehmen. Ich werde etwas tun. Ich stehe auf. Unser Land ist in Gefahr. Bitte, bewahrt ihr irgendwas. Ich weiß nicht, Freunde. Was soll ich denn tun? Soll ich vielleicht etwas zurücktreten? Oder vielleicht doch die Welt endlich retten? Natürlich werde ich zurückkommen. Es ist meine Zeit für Rache. Ich werde mich an diesen bösen Doktor retten, verdammt. Ich mache das. Das Kostüm passt immer noch gut. Doktor, ich komme zu Ihnen. Ich werde Sie vernichten und den ganzen Planeten von dem Bösen retten. Oh, Connor. Oh mein Gott. Was ist hier denn alles los? Das ist eine Falle für dich, Connor. Lauf sofort hier weg. Und wo ist dieser böse Doktor hin? Er hat die ganze Sache eingefällt, um dich in den Fall zu luken. Was meinst du denn du? Oh, Connor, sei vorsichtig. Wo sind Sie hin? Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Wenn ich die ganze Welt zerstören kann. Du hast meine Eltern getötet. Du willst meinen Freund töten. Und du willst die ganze Welt zerstören. Das ist hier ein letzter Tag. Das werden wir ja sehen. Ja. Jetzt bekommst du eine. Nicht schlecht, aber das werden wir noch sehen. Natürlich bin ich stärker. Ich bin ein Superheld. Das war richtig einfach. Ist das das einzige, wozu du fähig bist? Du hast mein Blut in dir. Mal sehen, was du zu sagen hast, wenn dein Ende kommt. Hallo, Loser. Was ist los? Was ist los? Du bist erledigt. Das werden wir jetzt aber sehen. Du legst dich leider mit der falschen Person an. Wir sehen uns in die Hölle. Ich komme auf jeden Fall in den Himmel. Ich bin ein guter Mensch. Auf Wiedersehen. Das Gute siegt immer über das Böse. Und deshalb müsst ihr auch gute Menschen sein. Genau wie ich, Superheld. Jetzt lasse ich meine Freunde retten. Nur G-Alarmi. Oh, bist du zurück? Ja. Ich habe den bösen Doktor besiegt. Und ihn vernichtet. Genau, du hast es geschafft. Nein. Wir haben es zusammen geschafft. Wir haben es zusammen getan. Und ich komme zu dir zur Arbeit zurück. Damit uns nie wieder jemand bedroht. Und wir werden alles Böse besiegen. Einverstanden. Okay, geh mal. Los. Ja. Ich befreie dich. Komm. Wie ihr sehen könnt, Freunde. Ich bin etwas gealtert. Ich bin jetzt 65 Jahre alt. Aber meine Superkräfte sind noch nicht aufgebracht. Wie zum Beispiel Feuer. Ich kann immer noch einige Dinge tun. Teleportieren. Ich bin hier. Oh, hey, Freunde. Ich kann immer noch coole Dinge. Ich bin immer noch so schnell. Aber ich werde sehr müde. Wie ihr euch vorstellen könnt, liegt das besonders an meinem Alter. Aber ich kann immer noch mit meinen Augen lasern. Genau, schaut. Ah, das tut weh. Ich verliere langsam meine Kräfte. Es wird wirklich schwer, Freunde. Aber was soll ich denn jetzt tun? Soll ich alles zurücklassen? Oder vielleicht ein Team gründen, das für mich arbeiten würde? Ich denke, Freunde, dass ich ein eigenes Team gründen werde. Ich glaube, ich kann es richtig so gut schaffen. In ein paar Monaten habe ich das größte Unternehmen der Welt aufgebaut. Unsere Welt ist jetzt so sicher. Und jetzt werde ich die Jungs einem nach den anderen aufrufen, damit ihr sie sehen könnt. Ja, genau. Machen wir. Spider-Man. Na, komm schon. Hey, Kumpel. Das ist ein kleiner Junge, dem du helfen musst. Sein Hündchen sitzt auf dem Baum. Also bring ihn bitte runter. Bring ihn runter, okay? Komm schon. Hilf dem Jungen. So arbeiten wir. Wir kümmern uns um die anderen. Captain America. Willkommen, Kumpel. Was soll ich tun, Chef? Ich kann hier sehen, dass die Tasche einer Frau in einem anderen Viertel gestohlen wurde. Du wirst die Tasche zurückgeben und die Diebe ins Gefängnis bringen. Hast du das verstanden? Los geht's. Los geht's. Ha, ha. Freunde, ich bin sehr stolz darauf, Menschen zu helfen und alle Kriminelle zu vernichten. Wir können das schaffen. Freunde, dies sind meine letzten Minuten. Ich habe das Gefühl, dass ich sterbe. Da ist ein Licht und es kommt von oben auf mich zu, Mann. Freunde, was soll ich denn tun? Soll ich sterben oder vielleicht weiterleben? Ich denke, liebe Freunde, es ist Zeit zu sterben, genau. Es ist an der Zeit, einem jungen Huperhelden eine Chance zu geben, meine Stelle einzunehmen. Ich habe ein Bestes für die Welt gegeben. Lebt wohl, Freunde. Bleibt wohl. Wo bin ich denn? Wo bin ich? Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Glückwunsch. Du hast das Spiel gewonnen. Wer es heute schafft, aus dem kleinen oder dem großen Gefängnis rauszukommen, gewinnt. Aber wer kommt in das kleine Gefängnis und wer in das große? Wir spielen Schere, Stein, Papier und wer gewinnt, entscheidet, wohin er geht. Los geht's. Schere, Stein, Papier. Ja. Ich habe gewonnen, Leute, in das große. Ah, Leute, okay, ich steig da rein. Wollt nicht wie ein Mädchen. Komm rein, schneller. Ja. Ich schwöre dich ein, ich schließe dich ein, damit nichts sehen kannst. Ach. Rafario, mein Freund, du wirst sehen, dass ich heute gewinne, weil ich Papastas bin. Großartig, großartig und Rafario ist eingeschlossen. Wer auch immer, ich gewinne die Challenge, ich bin bereit. Leute, der Gewinner dieser Challenge bekommt ganze 1000 Euro. Also Leute, lasst uns das Rad drehen. Jetzt wollen wir mal sehen, was Rafario bekommt. Lass etwas Gutes sein, Timon. Na, schauen wir mal. Rafario bekommt eine Schere. Leute, ich habe die Schere und ich werde versuchen, damit aus dem Gefängnis zu kommen. Was soll ich also tun? Schau mal. Sehr stark. Also Leute, lasst uns mal sehen, was das bekommt. Timon, ich will so sehr eine Axt. Das bekommt einen Löffel. Was, ein Löffel? Ich habe gar kein Glück. Leute, wie kann ich hier damit rauskommen? Oh Leute, ich habe eine Idee. Seht mal, was ich tun werde. So. Schlechte Idee. Leute, es ist kaputt und hat mir überhaupt nicht geholfen. Also, lasst uns mal schauen, was Rafario jetzt bekommen soll. Und Rafario bekommt seinen eigenen Kopf. Was meinst du mit meinem eigenen Kopf? Also, du musst mit Hilfe deines eigenen Kopfes rauskommen. Jetzt wollen wir mal sehen, was das bekommt. Und das bekommt eine Spitzhacke. Ja, Freunde. Das ist wie ein Fortnite. Bäume mit so einer Spitzhacke hacken. Hier, nehmen sie. Boah, Freunde. Leute, ich bin sicher, dass ich gleich ein Loch mache. Sieht mal. Ich versuch's mit der anderen Seite. Vielleicht geht's doch noch schneller. Los. Nur noch ein kleines Stück und ich bekomme ein kleines Loch für den Anfang. Ah, dreh das Rad. Ich kann mir nicht mehr den Kopf schlagen. Komm schon, los. Schauen wir, was weiterkommt. Komm schon, Simon. Ein Messer, das ist großartig. Ah. 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 Leute, ich komme sehr gut voran. Das bekommt eine Säge, Leute. Ich weiß nicht, ob das gut ist, Leute, aber ich denke, die Dinge werden vorankommen. Ah. Es ist nicht mehr viel übrig, um das erste Loch zu schaffen. Dann geht die Arbeit vielleicht noch schneller. Ich habe bereits ein Loch und schon bald kann ich herausgehen und 1.000 Euro gewinnen. Leute, und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr noch viele weitere tolle Videos wie dieses Gönne, 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 okay, ich muss das schaffen. Mal sehen, wann es als nächstes passiert. Ich komme bald raus. Dann schauen wir mal. Ah. Gut gemacht. Jetzt werde ich ganz sicher rauskommen. Ah. 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 Mal sehen, was das noch bekommt. Ja, Freunde, eine Axt. Eine Axt. Ich habe gewonnen, Leute. Schaut. Ah. 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 Boah. Ich habe ein Loch gemacht. Leute, schaut mal hier. Da. Da ist es. Das läuft gut. Ich muss 1.000 Euro gewinnen. Seht mal, was für ein großes Loch. Ich mache aber, Leute, mein Boss hier. Leute, ich kann das Licht von der anderen Seite schon sehen. Oh, das ist sehr gut. Mal sehen, was Trafario jetzt bekommt. Eine Brichstange. Ja, es ist großartig. Und das bekommt eine... Das bekommt eine Schaufel. Ja, Mann. Los geht's. Gib die Schaufel her. Super. Jetzt schlage ich stärker. Ah. 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 Das hat geklappt, Leute. Ich mache das gleich kaputt. Ich mache es kaputt. Schaut mal, was für ein Loch wir haben. Jetzt wollen wir mal sehen, was Trafario als nächstes bekommt. Oh mein Gott. Das ist eine nusslose Zange. Was soll ich jetzt tun, Leute? Ah. Ich habe eine Idee. Eigentlich ist die Zange gut. Sie machen einen wirklichen guten Job. Seht mal. Ich werde die Challenge sehr bald gewinnen. Und 1000 werde meiinn sein. Das erhält den Hammer, Leute. Komm schon, komm schon. Aha. Heute ist mein Glückstag, Leute. Ich mache gleich ein riesiges Loch. Hey, hey, hey. Ziu. Leute, ich werde mal von hier verschwinden. Schaut mal, Kopf ist schon draußen. Ich habe noch ein bisschen zu tun. Ah. Oh, der Fangjubel bekommt die Säge. Hier, bitte. Das ist sehr gut. Jetzt beginnt die erste Arbeit. Ah. Ja, Kumpel. Brechstange. Ich mache jetzt auf. Schaut mal, Leute. Das beste Werkzeug ist bis jetzt die Säge. Mal sehen, was der VÖ jetzt bekommt. Aha. Der VÖ hat das Büromesser. Vielleicht ist es ein Betrug, bis es möglich ist. Nicht so viel schnacken, sondern rachen. Leute, schreibt in den Kommentaren, dass das nicht viel ist. Ein Messer? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Mal schauen. Ich stelle mir vor, dass ich Gurken hacke, Leute. Seht mal. Mal schauen, was Raffareux jetzt das Nächstes bekommt. Seht mal, was ich für ein Loch gemacht habe. Leute, noch ein bisschen und ich könnte gewinnen. Achtung. Ich bin sicher, dass das eine Chance zu gewinnen ist. Super. Ich versuche jetzt, die zu trennen. Nein, nein. Ich brauche noch mehr. Und jetzt schauen wir, was Raffareux noch bekommt. Eine Axt. Ja, Kumpel, komm schon. Komm schon, ich kann gewinnen. Ich glaube, meine letzte Hoffnung, Leute, ist diese Hacke. Nur noch ein bisschen mehr. Ich habe es gleich geschafft. Ich habe es gleich geschafft. Mein Kopf passt aber sehr schwer da rein. Das ist nicht gut. Ich muss weitermachen. Ich brauche ein bisschen mehr. Ich stecke fest, Leute. Mein Bauch. Ich habe gewinert. Ich habe gewinert. Ah, bravo. Mein Geld. Mein Geld. Lass mich raus. Lass mich raus. Nice das. Du bleibst hier. Ganz alleine. Also, Leute. Wir folgen alle dem Plan. Wir verstecken uns und warten, bis der Laden schließt. Okay? Alle verstanden? Jeder versteckt sich woanders. Los, los, los. Los geht's. Leute, schaut euch die Autos hier an. Sie habt vielleicht verstanden, dass wir bei Blabla-Täus sind. Alles klar, Leute. Das ist mega geil hier, Alter. Und wir werden 24 Stunden hier bleiben. Also, jetzt muss ich mich irgendwo verstecken, damit sie mich nicht finden, Alter. Lasst uns verstecken gehen. Ich weiß nicht wo, Alter. Jetzt verstecke ich mich hier. Ich denke, dieser Ort ist okay, Alter. Was meint ihr, Alter? Kann ich mich da verstecken? Jetzt warten wir, bis die Lichter aus sind, damit sie verstehen, dass wir alleine sind. Alles klar? Seid ihr bereit? Also, Leute. Ich verstecke mich hier. Ich nehme dir das Handtuch und bedecke meinen Kopf damit. Ich hoffe, niemand findet mich damit. Ist doch voll klar. Also, Jungs. Ich glaube, niemand wird mich finden. Oh, Leute. Schaut euch mal all diese Brennspiele hier an. Aber zuerst müssen wir uns verstecken. Und wenn wir dann hier alleine bleiben, können wir alles tun, was wir wollen. Leute, ich werde mich hier hinten verstecken. Hier wird mich niemand finden. Okay. Leute, schaut euch diese coolen Spielzeuge an. Wo kann ich mich denn verstecken? Ich will auf die Toilette, Leute. Leute, ich habe eine gute Idee. Da ich jetzt auf die Toilette bin, werde ich mich auch hier verstecken. Das ist das Beste verstecken. Bye. Also, wo ist diese Wache? Er ist wieder zu spät. Es ist Zeit, dass dein Laden geschlossen wird, Mann. Boss, ich bin da. Also, wo warst du? Du bist doch zu spät. Ich habe das Gebäude überprüft. Da waren irgendwelche Katzen. Ich habe sie feiert. Katzen? Was für Katzen? Katzen stiehlen nicht. Ich möchte, dass du versorgst, dass niemand hier reinkommt, Mann. Keine Sorge, Boss. Alles unter Kontrolle. Okay, dann ist ja alles in Ordnung. Ich wünsche dir eine gute Schicht. Mach's gut, Alter. Alles Gute, Boss. Alles wird gut. Ja, ja. Ciao, ciao. So, lasst uns arbeiten. Langweilig. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche, das Gleiche. Lass mal schauen, was in deinem Telefon ist. Later. Es ist schon so viel Zeit vergangen. Wieso machen die das Licht noch nicht aus hier? Leute, es ist gut, dass mich noch niemand bemerkt hat. Aber es gibt auch eine schlechte Sache. Es ist sehr viel Zeit vergangen und im Laden brennt immer noch Licht. Was ist hier los, Alter? Ich will jetzt spielen, Mann, Alter. Was ist los? Leute, ich sag euch die Wahrheit. Ich weiß nicht, was los ist. Aus irgendeinem Grund ist der Laden noch geöffnet. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Ich werde mich mal umsehen. Oh, verdammt. Meine Beine sind eingeschlafen. Leute, wie ich sehe, ist der Laden geschlossen. Wahrscheinlich haben sie vergessen, das Licht auszuschalten. Und das bedeutet, dass wir alleine im Blabla-Toystore sind. Yo. Oh, wir werden eine voll geile Zeit haben, Leute. Hallöchen. Was machst du denn hier? Leute, ich hab's verkackt. Hey, ich werde dich fangen, Junge. Das tat weh. Wohin rennst du? Ich werde dich fangen. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo bist du? Was ist das? Das? Was ist das? Was machst du denn? Was ist los, Dämon, Alter? Wir sind allein im Laden, Alter. Nix allein. Sei mal still, Alter. Ein Security-Mann sucht uns hier schon. Ja, und wir müssen ihn irgendwie loswerden, damit wir ganz allein hier sind. Ungestört. Tja, Astas. Wir müssen nach Verordnungen des Zähne finden und sie irgendwie warnen. Gehen wir zu Odysseus, okay? Er ist da oben, Alter. Komm los jetzt, Mann. Träsch dich mal zusammen, du Frosch. Wer ist das? Wir müssen darüber nachdenken, was für kleine Frosch ist. Der kleine Frosch ist mal wieder oben, Alter. So, wo ist er? Ich werde ihn finden. Odysseus, wo bist du, Alter? Du kleiner Vogel, Alter. Warum müsst ihr nicht so... Ja. Odysseus, du Vogel, Alter. Warum musst du uns erschrecken? Hör auf damit. Hey, wieso flüstert ihr überhaupt? Wir sind hier doch alleine. Du Spast, Alter. Wir sind hier nicht alleine, Alter. Und es gibt noch eine Wache, Alter. Verstehst du in diesem Gebäude, Alter? Dir wird bewacht hier, Mann, Alter. Was? Wie? Und was sollen wir jetzt machen? Wie sollen wir hier spielen, wenn es hier den Wächter gibt? Also müssen wir irgendwie loswerden. Egal wie, Alter. Irgendwas müssen wir tun. Vielleicht müssen wir uns bis morgen früh schlafen legen oder so. Gute Idee, Dimone. Also, ich habe mir was ausgedacht, Alter. Du rufst ihn an, Alter. Okay, ruf. Okay, Stars. Und was tun wir dann? Wart, wir sind hier, Alter. Ah, okay. Natürlich, Stars. Du bist nah. Hört uns zu. Also, ich werde irgendwie seine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Er wird hier hinterher rennen. Und ihr wird ihm eine Falle stellen. Ja, ich werde dann unten Murmeln auf dem Boden verstreuen, damit er dort ausrunscht. Ja, ich furze ihm ins Gesicht, Alter. Dann wird er bewusst los, Alter. Bist du beklass? Bist du dumm? Nein, Stars. Du willst niemanden irgendwelche Gegenstände auf den Kopf hauen, Alter. Ja, richtig, richtig. Lass uns gehen, Alter. Wo fahrtest du? Ja, ja, lass uns gehen. Lass uns gehen. Leute, und ihr meldet euch an, Alter, damit wir unbemerkt in den Laden reingehen können. Okay? Das ist eine gute Idee. Ja, ja, los. Ah. Und hier ist er auch nicht. Leute, wo ist Raff, Alter? Wo ist der Frosch? Ja, es ist. Vergiss Safari. Er wurde bestimmt schon erwischt oder so. Nein. Was sollen wir denn jetzt machen? Und wir Jungs, wir werden einfach unserem Plan folgen. Also, lasst uns nach ihm suchen. Los, los. Wow, was für ein Roboter. Aber nicht jetzt. Jetzt muss ich den Verbrecher fangen, der weggelaufen ist. Und was sollen wir jetzt machen, Demon? Also, Leute. Oder sie, du wirst nach Ballons suchen, die wir so zerstreuen können, dass die Wache voll ausrutscht. Und du's, das. Finde ein großes und schweres Spielzeug, um ihn damit zu schlagen, Alter. Alles in Ordnung. Lass uns gehen, Odysseus, um nach ihm zu suchen, Alter. Er hat gesagt, dass er sich irgendwie ableiten will. Ich mach mich bereit. Los, geht. Ich hab den schwierigsten Job. Das sind die Bälle. Und die Falle ist schon fast bereit. Sehen wir uns mal um, Alter. Oh, das ist schwer, Alter. Genau das braucht man, um ihn auf den Kopf zu hauen, Alter. Dann mitlegen wir ihn schlafen. Demon, ich hab was gefunden, womit wir ihn auf den Kopf hauen können. Und das hier werde ich unter seinen Füßen verstreuen, damit er ausrutscht. Gut gemacht, Odysseus, gut gemacht, das. Also, sobald die Wache vorbeikommt, nimmst du, schmeißt die Bälle unter direkt in den Füßen, so dass er ausrutscht und fällt. Und du's, das, wirfst ihm das Ding auf den Kopf, okay? Ja, Demon, Alter. Du musst ihn locken, damit er dich bemerkt und wegläuft. Ja, ja, klar, ist gut, ist gut. Los geht's. Komm schon, Demon, mach dich bereit. Ruf, 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 ruf. Fetter, hässlicher Security-Bahn. Ha, da bist du. Leute, ich werd das Ding jetzt hier hochnehmen, Alter, und ihn dann direkt auf den Kopf fallen lassen, Alter. Bam, Alter, richtig. Das wird richtig geil, Alter. Fette, hässliche Wache. Nicht bewegen, Junge. Komm, folge mir. Hol mich doch, hol mich doch. Hab dich, ey. Okay, das ist der Moment. Boah. Nein. Nur nicht das. Nein. Ha, 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 ha. Oh, Leute, gut gemacht. Wir haben ihn eingeschläfert. Er lebt, aber er wird jetzt bis zum Morgen durchschlafen. Gut, gut. Dann lass uns jetzt spielen gehen, Alter. Los, gehen wir, gehen wir, Leute. Wo ist Raffario? Okay, lass uns suchen. Komm schon, komm schon. Nein, aber wirklich, Freunde, wo ist Raffario? Ja, Mann, Alter, wo ist der Spast, Alter? Ich weiß, wo er ist. Er ist auf der Toilette. Ich hab gesehen, wie da der reingegangen ist. Okay, los geht's, los geht's. Los geht's. Höchstwahrscheinlich ist er hier. Wir haben die ganze Zeit geschlafen, der Spast. Hey, Leute, machen wir uns doch einen kleinen Streich. Ja, alles klar. Und welchen Prank steckst du vor? Jetzt geb ich ihm was, Alter, Alter. Ja, komm schon, bring's her. Leute, schaut mal, was ich mitgebracht habe. Es ist Schleim. Und jetzt werde ich es auf sein Gesicht legen und doch mal sehen, was passiert, Alter. Oh. Schau mal, Alter. Und jetzt steck ich ihn in den Schleim voll in die Fresse, damit er nicht mehr atmen kann. Das ist Schleim, Alter, das ist Schleim. Was ist das? Komm schon. Was habt ihr denn gemacht, Leute? Ihr dunkle Mann. Oh. Digger, jetzt reiß dich mal zusammen. Das war doch nur ein Streich, Alter. Mach dich mal locker, Alter. Hast du verstanden? Was ist da? Was ist alles in Ordnung? Sind wir allein in Blablabla? Ja, nicht ganz, Alter. Hier gab es einen Wächter, aber ich hab ihn bewusstlos geschlagen, Alter. Security? Ja, aber jetzt sind wir allein, Alter. Er schläft, Alter. Komm, lass ihn spielen, Mann. Ausgenommen? Ja. Ja, beweg dich, Alter. Lass uns spielen gehen. Komm schon, komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Fahren wir, fahren wir. Komm, fahren wir. Ich komme, ich komme. Hey, Aua, ich sterbe, Alter. Was ist passiert? Oh, warte, ich mache eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Komm schon. Ja, hey, fuhr, Alter. Geh weg, Alter. Geh weg, Alter. Geh weg, gelieb. Was machst du da? Du kleiner Sträuch, Alter. Da hättest du wohl gerne, Alter, meine Lippen. Komm mal runter, komm mal runter. Ich wollte dir helfen, Mann. Hey, Mann, ich hab mir nur das Beinweh getan. Und wo willst du kürzlich Beatmung machen? Bist du dumm, oder was, du kleiner Sträuch? Ich hab nichts damit zu tun. Mein Kopf. Es gibt viele von Ihnen, nicht nur einen. Ich muss sie alle fangen. So wunderschön. Warte, 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 Willst du mit nach oben kommen? Ich zeig dir den Wächter, der schläft. Das wird witzig. Ja, natürlich möchte ich. Komm, lass uns gehen die mal anschauen. Kürzliche Beatmung, kürzliche Beatmung. Ich kippe dich, Alter. Was ist denn hier los? Jo, Leute, was ist los? Kommt, lasst uns den Wachmann anschauen, wie er schläft. Ja, komm schon. Sehr gut, die Idee, Alter. Lass uns das sehen. Komm, lass uns mal sehen. Los, los, Rapper. Komm her, komm, schnell hier, Alter. Ich kann ihn nicht sehen. Ist das ein Prank? Ja. Oh, was meinst du, Alter? Ich hab ihn hier liegen sehen. Warte, Leute, wenn er nicht hier ist, heißt das, dass der aufgewacht ist? Und es bedeutet, dass er uns sucht? Witz oder was? Der war hier gar nicht da. Das ist ein Streich, oder? Ja? Nein, Leute, das ist kein Scherz. Schaut euch das an. Oh, da ist er ja. Schnell los. Pumuckl, dich fange ich zuerst. Vorsichtig, ich muss hier runterfallen. Das brauche ich. Sehr gut, sehr gut. Ich hab dich gleich. Sehr gut. Eins, zwei. Ich werde ihn zerstören. Ich hab eine Idee. Leute, ich mach hier die Tür auf. Oh, die Mona hat die Tür geöffnet. Leute, los, schnell, lass uns gehen. Los, kommt. Es läuft. Oh, Mann. Weggelaufen. Ja, schneller, 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 Leute. Uah. Uah.